Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal und heute das Orakel. Tschechien gegen Dänemark. Tschechien wird hier gespielt von Kev. Moin Leute, was geht? Und ich spiele natürlich Dänemark und Kev hat Anstoß. So, was tippst du denn hier zu dem Spiel? Ich sag mal 2-1 Dänemark. Ja, so, könnt's vielleicht. Ich sag mal 2-0 für Dänemark. Aber Tschechien ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Oh, perfekt. Na, könnte ich doch sagen 2-1. Ne, das mach ich nicht mehr. Ja, ich bleib bei 2-1 Dänemark. So, ich hab jetzt schon 2 Orakels gemacht heute. Müsste ich eigentlich eingespielt sein. Oder auch nicht. Ich hab ja noch gar nichts gespielt. Oh, das hat keine Böse ins Auge gehen. Nein, oh Mann. Ja, toll. Wo rettet der denn hin? Oh nein, was ist das für ein Paus? Wer war das? Direkt mal Eistonne. Direkt mal Bann. Vertrag auflösen. Ey, Bann, ist auch gut. Oh, ey, hier darf ich nichts riskieren. Nein, ey. Jawohl. Ach! Als ob. Nein, ich renne die ganze Zeit in mich rein. Oh, du. Ah. Das kann man auch falsch verstehen. Ah ja. Oh. Alter. Alter. Es gibt's. Ah, jawoll. Ich war schüttelstück. Er rettet für mich selbst. Ja, ich hab mir gedacht, wenn du es nicht kriegst, dann mach ich das für dich. Genau. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Ich komm nicht einmal nach vorne richtig. Oh. Ein Muffein. Oh nein. Oh. Okay, okay. Das nehm ich doch mit. Komm, jetzt aber. Ich hab Kev gesagt, der soll nicht so hart spielen hier. Ja, mach ich doch nicht. Ne, ne, ich hab gesagt, dass ich das vorher gesagt hab. Weil Kev, der ist ja ein bisschen besser wie ich, find ich. Der war nur dezent. Ah! Ach. Als Krumm. Er macht da vorne, was er will. Und ich... Ui, ui. Nein! Oh. Oh. Der war gar nicht so schlecht. War eigentlich nicht so gewölt. Er war aber trotzdem Lukas Schuss. Naja. Na, wo ist die Abwehr? Weg. Ui. Nein, noch, Mann. Das könnte noch böse ausgehen. Ich will die, wie ich nicht schieße, weil ich habe Angst, ob das der Ball auf einmal im Tor liegt. Das ist ja nicht hoher hier. Oh, was macht denn der Abwehrspieler da? Der tanzt hier sich schon ab. Ey, Torwart! Was machst du, du Lappen? Oh. Nein! Ja, das bringt ja viel, ey. Och, was war das denn? Typisch Silberspiele. Ja. Hätte ich immer doch draußen gelassen, den Typ. Ja! Oh, ey, wie kommt der so schnell zu mir, ey? Das ist doch nicht wahr. Hat der hier M.P. überall, oder was? Ja. Überall M.P.P. stehen. Oder Anna-Armer-Trauerie. Haste. Uiuiuiuiui. Och, der war schön. Na ja. So. Ich wollte gar nicht werden, dass du das überhaupt gemacht. Weiß ich nicht. Äh. Ich sehe den Namen nicht. Da müssen wir warten. Ich habe irgendwas mit Trocken. Da müssen wir warten. Ja. Perfekt. Oh. Nee. Oder? Holes. Holes. Ist das nicht mal ein Mittelfeldspieler? Oh, Mittelfeld... Boah, ey, so Flaschen. Och. Oh. Sollen den mal kriegen. Weißt du, wem soll ich denn spielen? Keine Sau ist frei. Ja. Ob der reingegangen wäre? Ich glaube nicht. Hätte ich eigentlich nicht mal dran sein müssen. Oh. Och, Mann. Oh. So. Lieber so. Lieber so. Och, komm. Das ist doch nicht wahr hier. Jawohl. Nein. Weg mit dem Ball. Torwart, was machst du da? Gefällt es mir nicht. Was ist denn das für ein Torwart? Der hält dir überhaupt nichts. Ach, 2-0. Nach wie vielen Minuten? Fast 40. Ah, dann geht es ja noch. Aber warum steht der da so frei? Ich weiß auch nicht. Ich habe nur bekloppte Innenverteidiger. Ja. 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 Ob du wieder mit denen mal gegen mich ein Tor machst. Okay, ich glaube, jetzt machst du es, oder? Ah, und der hält natürlich. Ey, das ist ja nicht wahr. Aber dafür machst du jetzt Eckballtor. Echt? Oder auch nicht, oder? Die Chance lebt noch. Ja gut, wenn du nach hinten spielst, äh... Ja, irgendwo muss ich ja hinspielen. Boah, was ein Typ. Ey, was ist denn das für Pässe? Boah, wie langsam ist denn der? Ach, Mann. Jawohl. Viel zu langsam, der Typ. Wieso läuft da keiner mit? Ihr Deppen. Ach. Nein. Nein. Oder? Doch, okay. Ah, schade. Also eine gute Chance für mich. Und zwei Tore macht natürlich hier wieder Kev, wie immer. So, wir sehen hier Schüsse aufs Tor. 3 zu 2. Okay, das ist eigentlich noch recht ausgeglichen. Er hat mehr Ballbesitz. Das hat man ja gesehen. Naja. Eigentlich geht das noch in Ordnung. So, zweite Halbzeit muss besser werden hier. Aber gegen Kev. Ich glaube, ich muss Kev aus meinem Orakels rausnehmen. Einfach zu stark. Ich spiele nur noch gegen OP. Kev jetzt traurig. Kev traurig. Aber es ist schon wieder keiner da, wo ich zuspielen kann. Oh, was? Warum steht denn da keiner? Hallo? Oh! Ich kriege ja bald einen Orgasmus, Alter. Guck dir mal an. Jetzt spielt er rüber. Typ. Naja, doch nicht, Alter. Was? Oh! Alle mit drei Mann oder zwei hier gegen Kev. Junge, 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 Junge. Oh. Oh, doch. Oh, ich dachte, der wäre weg. Nein. Komm, ich muss die Ball noch mal kriegen hier. Wieso läufst du nicht da unten? Oh, was ein Idiot, ey. Der denkt nicht mit. Ach, komm, ich grätschen. Mit seiner Tricksreihe hier. Aber, ich hab ihn wieder. Ja, ich wollte nicht schießen. Uh. Uh. Ja. Oh. Was flaschen, Alter. Ich krieg die Krise. Das sind aber schöne Flaschen. Kappa. Oh. Das war mal ein schönes Tor. Und schon wieder mit Schöne. Immer wenn, also beim letzten Mal wurde mit Dänemark gegen mich gespielt, das hat auch Schöne das Tor gemacht. Ja, das ist mein Mann. Und dann darf ich nicht raus. Du brauchst nur noch elf. Äh, schön und dann. Dann gewinnst du. Oh. Oh nein. Also, hopp. Oh. Ah, ich hab den Ball gehabt. Ich glaub nicht. Nein. Oh, oh. Oh, hä? Oh, was ein Typ. Will er mich verarschen? Er will mich verarschen, der Kev. Oh, weiß ich nicht. Oh. Ah, super. Einfach mal gesagt. Ach so. Oh, oh. Oh, hab ich den nicht gehalten. Er ist schmeichel, Alter. Wer wäre das Fliegenfänger gewesen. Oh, ey. Nein. Also, das gibt's nicht. Oh. Oh. Schlechter Schuss. Ich brauch wieder meinen Ronaldo. Ja, ja. Ronaldo in Tschechien. Ja. Ach, leck. Oh, jeder läuft daneben. Nein, doch. Oder mein Broklob-Charakter. Oh. War doch nicht hin. Sehr spannendes Spiel eigentlich bis jetzt. Oh. Nein. 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 Ja. Oh nein, nicht faulen. Oh. Oh. Nein. Oh. Warum nicht faulen? Kannst du das machen? Och, ey. Oh. Jetzt hab ich's gemacht. Er hat nicht faulen und in dem Moment bubsen, wenn du gewinnst. Ja. Halt den. Der war doch knapper als gedacht. Ja. So, was ist meiner Kamera so aus? Oh, ey. Ihr könnt doch nicht mal zusammenspielen. Der Spaß ist. Oh, was ist das denn? Och, Mann. Komm, aber ein Tor müsste aber noch drin sein hier. Für mich? Ja. Für mich. Weil das mach ich jetzt. Pass auf. Hopp. 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 Mit Ansage? Hopp. Ja. Mit Ansage. Ey, lass mal kurz rein-sweiten. Oh, was ein... Oh, mein Gott. Ich saß dir heute noch auf Ansage. Oh, was ein Typ, Alter. Ey, ich kam ja nicht mal mit nem Spieler an dich. Was ist ja das, das Blöde? Ah, ich fand's gut. Ach, komm. Ich hab einfach zu langsame Spieler. Mein Name im Durchschnitt auch nur 70. Okay. Dann bin... Hab ich halt blöd... Ich hab blöde Spieler. Ja, so kann man's auch nehmen. Oh. So. Ja, jetzt mach's so unrealistisch. 3-1 könnte hier ausgehen. Ah, er hat's schon längst gemacht, ne, meine Typen. Er macht's extra für mich. Ehrenmann hier. Oh. Oh. Wo soll der? Torwart? Uh. Ich hab dich überrascht gedrückt, aber ist okay. Oh. Oh, danke. Och, ey, was ein Idiot. Och, Mann. Oh, 3-1. Okay, so könnte es vielleicht ausgehen. Im schlimmsten Fall für Dänemark. Aber es ist ein bisschen realistischer als 5-6-0. Ja. Also, das Orakel endet hier. 3-1 für die Tschechen. Äh, danke für dein Spiel hier, Kev. Kein Problem. Und schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Ich hab den unten verlinkt. Äh, und da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.